Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, ähm, wir haben heute die N1K2 Ja, und zwar die Shindenkai, so wie sie heißt. Äh, ne Quatsch, Shindenkai. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein nices Flugzeug. Und zwar, ähm, aus dem Grund, es ist sehr wendig, Geschwindigkeit ist relativ, äh, ja, da gibt es schnellere, aber nehmen wir noch, äh, in Ordnung. Äh, was mich ein bisschen ärgert, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass, äh, die Flügel dafür nicht gut gebaut sind. Ähm, nehmen wir jetzt mal die KI 84. Die hat dreimal, äh, im Prinzip dieselbe Variante, nur immer ein bisschen von der Bewaffnung her verändert. Äh, wir haben drei Maschinen davon, nämlich die N1K1 Ja, die hat nämlich die 7,7er MGs in der Nase eingebaut und unten unter den Flügeln, äh, vier Maschinenkanonen, diese 20mm Typ 99, wie man da sieht. Und, ja, die wurden dann bei der Version nicht mehr gebraucht, die 7,7er, äh, da sind es dann nur noch die, äh, 20mm Typ 99 und zwar die x4. Also, ne, ne, mal vier sind es genauso auch bei der Variante. Und bei der KI 84 ist es so, die hat 12,7mm, hohe 103 in der Nase eingebaut und 20mm. Die zweite Variante hat nur 20mm und die dritte Variante hat sogar mit 30mm, also nochmal eine Stufe besser. Ja, das hätte man natürlich noch verändern können, aber gut, wahrscheinlich, äh, war das zu der Zeit, äh, das war nämlich 1942, dass dieses Flugzeug, äh, entworfen wurde. Da waren die noch nicht so mit 30mm, das kam erst viel später, bei 1944 und so, oder 43 meine ich. Ähm, ja, und die Shindenkai, ich glaub, die hier hieß, äh, die hatte gar keinen Namen, da steht nichts von Shinden oder so. Doch, die hieß nur Shinden und die beiden hießen Shindenkai. Keine Ahnung warum, aber, ja, es war so. Äh, diese Variante gibt's sogar viermal. Wir haben hier zwar nur drei, es gibt aber noch die, äh, hier, die Wasserflugzeugversion. Das ist im Prinzip genau derselbe, nur mit einer dickeren Nase und halt mit, äh, Flügel, also hier Wassertragflächen. Ne, wie sagt man dazu? Äh, dass man halt, äh, auf Wasser landen kann halt, ne? Ja, hatte dementsprechend auch die 7,7er und die 20mm und, ja, nicht so viel Munition natürlich wie die jetzigen N1K 2, ja, in dem Fall. Und, ja, sie wird ihren Zweck erfüllen, sag ich mal. Also, ist wirklich ein gutes Flugzeug. Auf dem Bild sieht man, da unten drunter ist ein Tank, da ist nämlich die Spritreserve drin. Nur, die haben sie nicht mehr mit, äh, die haben sie irgendwie rausgenommen aus War Thunder. Die gibt es nicht mehr, die, äh, Sprittanks da drunter. Die hatten ja auch die Bf 109er teilweise auch. Ähm, keine Ahnung, warum sie das entfernt haben. Kann auch sein, dass, äh, wenn man jetzt, äh, mehr Tank mitnimmt. Ich hab jetzt zum Beispiel, ja gut, Testflug. Ich hab die Mindestbeladung drin. Das kann ich jetzt mal tatsächlich grad versuchen, ob der Tank dann drunter hängt. Hängt der jetzt schon drunter? Ne. Ähm. Ups. Das würde mich grad mal interessieren. Jetzt mach ich deswegen mal Testflug. Mit Tank voll. Ob der Tank dann drunter ist. Das würde mich grad mal richtig hart interessieren, ob dann der Tank da drunter ist. Ne. Der Tank ist nicht vorhanden. Ja, sehr schade. Ja, schon wieder zurück zum Hangar. Ähm. Ja. Was gibt's eigentlich noch zu sagen? Ja, ne, ich sag noch gleich mehr dazu. Jedenfalls starten wir jetzt erstmal ne Runde damit. Bis gleich. Verstanden. Das werden wir auch sofort machen. Ähm. Ach ja. Ist ein interessantes Cockpit. Ne Uhr haben die hier nicht drin, ne? Wieder mal. Doch. Die haben ne Uhr drin. Wir haben gleich 5 Uhr. Ja. Passt sogar. So, also. Was gibt's hierzu noch zu sagen? Äh. Warte mal. Wie hieß denn der? Oh, ich wusste das mal. Kawanichi hieß der, glaub ich. Äh. Der Hersteller. Kawanichi. Das gucke ich jetzt mal nach. Warte. Moment. So. Ja. Kawanichi. N1K1. Ja. Ne. N1K einfach nur. Aber wurde N1K1 Kyofu. N1K1, ja. Shinden und die Shinden Kai, äh, benannt. Ja. Erstflug der Kyofu, also dem wassergestützten Flugzeug, war 6. Mai 1942. Die Shinden-Version kam 27. Dezember 1942. Also nicht sehr lang, bis die andere dann entwickelt wurde. Und war auch ein sehr erfolgreicher Jäger. Und gefürchtet bei den, äh, Amis. Ja, die Kyofu, seh ich grad, wurde 105, äh, mal gebaut. Also Stückzahl. Und 104, ne. 1435 Shinden, beziehungsweise Shinden Kai-Versionen wurden gebaut. Das, äh, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja. Ich, äh, könnte theoretisch schon, äh, Dings mitnehmen. Sekundärbewaffnung. Aber das mach ich noch nicht, weil meine Raketen, die ich erforscht hab, noch nicht stark genug sind. Die, also, ich hab zwei Typen von den Raketen. Die eine durchschlägt 10 Millimeter. Je weiter man weg ist, äh, dementsprechend geringer. Also, äh, nur noch 1 Millimeter dann irgendwann. Und die jetzigen, die ich, äh, also ich hab zwei Typen davon erforscht. Und die zweite Version, äh, kommt nur durch 13 Millimeter, auf egal welcher Entfernung. Und das ist immer noch zu wenig. Da kriegt man nichts mit Down. Ein Flugzeug, wenn ich auf den Flugplatz schießen würde. Aber, das haben wir hier nicht. Das haben wir hier halt gar nicht. So, ich hab doch hier eben einen gesehen. Da hinten, genau. Wenn ich reinzoome, seh ich ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, mir ist das letztens mal in einer Folge aufgefallen. Hier. Man sieht die Punkte gar nicht auf YouTube. Oder zumindest sehr viel schlechter. Da muss man wirklich genau hingucken. Aber ich, ich, seh die ja hier. Bei mir ist da ein dicker Punkt. Bei euch anscheinend dann nicht. Deswegen, hier wo ich jetzt mit der Maus entlang gehe, da ist der Punkt. Den werde ich auf jeden Fall angreifen. Das Gute an dieser Munition ist, äh, die verbraucht sich nicht so schnell. Bei der KI-84, also, okay, nicht die. Ähm, die KI-84 mit den 20mm Maschinenkanonen nur. Die hat 600 Schuss und die sind übelst schnell leer. Da muss man immer aufpassen. Was ist denn das? Wohin fliegt denn der? Der will wahrscheinlich zu den Flugzeugträgern, gehe ich jetzt mal. Ja, es ist ein Bomber. Der will zu den Flugzeugträgern. Aber mit mir nicht. Eine B-24 ist das, oder? Ne, eine B-17. Die weiße Version. Also, schon eine viel bessere mit, äh, sehr vielen Bordschützen. Alter, was will der denn machen? Wie hoch fliegt denn der? Der kann mich sehr schnell aus dem Spiel rausnehmen, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Hoffen wir mal nicht. Ja, direkt in Brand gesteckt. Äh, ist doch nicht die... Doch ist die, äh, diese Metallversion. Komm, jetzt muss er nur noch ausbrennen. Der Tank brennt, das sehe ich doch. Das ist so ein richtig heißer Brand. Jawohl. Sehr schön. Oh, mein Öl wird langsam heiß. Die A2-D2... Äh, Quatsch. Die A2-D1 ist auch ein neuer Flieger. Ist halt, äh, wie die Vivern. Oder Vivern, wie sie heißt. Ich weiß nicht, nennen sie irgendwie immer Vivern. Ja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch die A2-D1. Wir haben ja fast ein bisschen weniger als 300 Schuss verbraucht. Das passt noch. Nur, dass wir so schnell an Punkte verlieren. Das ist ein bisschen schlecht. Ja, ganz schlecht. Oh, der will zu mir! Kritisch? Okay. Fragt sich nur, was ich, äh, kritisch getroffen habe. Oh, das Flugzeug schwankt, weil ich zu schnell bin. Was habe ich dem denn kritisch getroffen? Der sieht aus, als ob da nichts wäre. Ja. Äh, 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 äh! Das lässt er aber bleiben. Ja, sehr schön. Abschlusshilfe ist mir auch recht. Und jetzt noch die Spitfire. Komm, die hole ich mir jetzt. Ah, ich hab sie doch... Äh? Okay. Noch nicht mal als Abschlusshilfe dafür bekommen. Na gut, ich hab sie auch nicht kritisch getroffen. Sehr schade. Stehe aber trotzdem nicht schlecht da. Okay, es leben noch drei Feinde. Ne, zwei. Der steht, glaub ich, ab. Ja, der, das, äh... Zwei sind über. Da vorne wären jetzt die Gegner. Hier war doch eben noch einer zu sehen, oder? Oh, der ist auch tot. Ach, da oben. F7FO. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn die runterkommt, die ist sehr schnell. Bis ich da oben bin, das wird noch ein bisschen dauern. Egal, ich muss es ja machen. So. Er kommt endlich zurück. Die B-17 hat da eine Notlandung vollbracht. Äh, ja. Lol, der wurde zu schnell. Das ist doch nicht euer Ernst. Also, ich mein, ist natürlich gut für unser Team, aber der hat sich dann wohl gedacht, lassen wir das mal bleiben. Die B-17 chillt da unten auch noch. Dann haben wir wohl gewonnen. Aber auch sehr knapp eigentlich. Ja, Mensch, das war jetzt eine kurze Runde. Aber was will man machen? Hat man auch mal, ne? Der füllt gegen nur 10 Minuten. Ey, ey, ey. Scheiß Flack. Ja, ja. So ist das. Und wieder extrem gute Arbeit hier. Sehr viele Punkte gemacht. Äh, neuer Motor jetzt erforscht. Und die F-86 habe ich auch bald. Sehr schön. Äh, ja. Puh. Neue Raketen direkt. Oder Bewaffnung. Ne, ich gehe auf neue Raketen. Habe ich mehr von. Ähm, ja, auf Geschwindigkeit gehe ich noch nicht weiter. Dann machen wir auch die Endrakete. So, jetzt schauen wir uns die einmal an. So, jetzt schauen wir uns die einmal an. Also hier sieht man's. Ja, okay. Ein bisschen an Geschwindigkeit, beziehungsweise an Durchschlagskraft verliert die halt. Wie ich ja gesagt hatte, aber nicht so, wie ich es beschrieben hatte. Äh, die bei 13 Millimeter und die jetzt bei 30. Aber gut, da wollen wir die 62 Millimeter natürlich auch noch haben. Aber gut, jetzt wird wohl erstmal die reichen müssen. Ja, sieht auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Die Japaner haben ja vor allem sehr wenig Flugzeuge, die mit Raketen, äh, unterwegs sind. Ne, die A7M2 zum Beispiel. Ach, Quatsch. A7M1 meine ich, heißt sie? Ne, doch M2. Die kann Raketen tragen, ich glaub die M1 auch. Ne, nicht. Aber die kann Raketen tragen. Ja, meine ich doch. Die kann Raketen tragen. Äh, die hat auch nur die schlechten. Ja, und die guten, je nachdem. Und ja. Ja, wenn euch die Folge denn gefallen hat, lass doch ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ciao.